Ah, ich sollte ihr Vater sein. What? Jetzt sagt sie, dass er ihr Vater sein wird. Nein, 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 nein. Ich werde ihn finden. Und werde ihn leiden lassen. Und du, mein Freund, wirst du mir helfen? Pickt die Henne. Mann. Okay. Was haben wir denn hier alles? Flintenmunition, Kraut. Wow. Okay. Ich habe da so eine Idee. Bevor wir jetzt da rein stürmen, 10.000 Gegner vor uns haben. Gehen wir nochmal speichern, ausrüsten, ein bisschen zusammenbasteln. Ähm, ja. Ach. Guck mal, was haben wir denn da? Oh, vergessen. Pistole-Munition. Pistole-Munition. Läuft doch. Können wir denn durch? Ach ja. Juhu. So. Pistole-Munition. Machen wir wieder 33 Schuss. So, was haben wir denn hier alles erstmal, ne? Ne, Moment. Ich brauche es erstmal... Das kann man machen. Das kann man machen. So. Wir haben jetzt ein großes. Ein kleines. Den Skorpionsschlüssel behalte ich mal. So. Wir haben jetzt noch hier zwei Fächer. Hier irgendwas drin, was ich gebrauchen kann. Ach ne. Chemikalie haben wir nicht mehr. Das brauchen wir nicht. Das brauchen wir auch nicht. Das auch nicht. Schatzfoto brauchen wir auch nicht. Also bis jetzt noch nicht. Juhu. So. Gespeichert. Jetzt können wir in diesen Zerlegungsraum gehen. Nehmen wir die Abkürzung. Ich glaube, ich sollte nur noch durchlaufen. Workshop. Waren wir eigentlich hier drin? Ach so. Von der anderen Seite was lossehen. Hier hatten wir alles durchsucht. Hier auch. Hier auch. Genau. Das ist doch der Kopf, oder? Na gut. Da holen wir uns mal den Hundekopf von dem Idioten. Ich will gar nicht da durch. Okay. Boah. Immer dieser automatische Schließungsmechanismus. Das erinnert mich irgendwie an dem Spiel. Was war das nochmal? Flüssige Chemikalie. Atmet der? Okay. Jetzt mal ehrlich. Na. Ich will nicht auf... Je. Hat jemand Lust auf Schinken? Ja. Aber Ethan. Guckst du mal bitte. Da ist ein Mikrofon. Da ist ein Walkie Talkie. Bah. Wie das aussieht. Umbrella. Was hast du hier wieder getan, hä? Ah. Schon wieder so ein Schacht. Komm jetzt hier wieder diese Viecher. Die Schmottis. What? Ist das der Trainingssack? Jo. Okay. Das ist die Falle. Aber wir schauen uns... Oh Gott. Zwei von diesen... Dingern. So. Wir schauen uns aber erst um. Was hier für Leichen liegen. Liegt hier. Schießpäufer. Gut. Patronen finden wir eigentlich genug, oder? Er passt nicht zu sieben. Ja. Ja. Okay. Das heißt, wenn wir diesen Schlüssel haben, können wir mit diesem Schlüssel dann auch noch... 10.000 Türen öffnen. Und das heißt dann wieder in das Haus. Oh Gott. Ich glaube, der Horror nimmt nie ein Ende. Sorry. Ich muss es gerade leiden. Puh. So, Jack. Ich weiß nicht. Soll ich? Soll ich nicht? Ich weiß nicht. Komm. Wieso fasst er mir immer in die Kamera, hä? Oh, komm schon. Wow, 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 wow. Wieso greift er mich immer? Nein, 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 nein. What? Was machst du da? What? Kittenseger? Yeah! Whoa, whoa, whoa. Whoa, 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 whoa. Yo, das mal hier. Whoa, whoa, whoa. Ich bin weg, ich bin weg, ich bin weg. Alter, wieso trifft der mich? Oh. Oh, komm schon, wirklich jetzt. Ich darf jetzt jedes Mal von hier anfangen. Ja, 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 einmal Deportier... Ah, Deputy. So, dann hier einmal das. Shotgun auswählen. Und das. Ja, komm, steh auf, Ethan. Du kommst hier nicht raus. Zehnerwette. Wah-ah-ah. Gebt sie mir, gebt sie mir Was? Wow, 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 wow Was? Wiegt nicht genügend Platz? Ey, das gibt's doch nicht nur, weil ich jetzt die Munition aufgesammelt hab, oder was? So, jetzt müsste es eigentlich doch platt sein, oder? Na, na, tritt doch mal entgegen Aua, wieso geht der nicht zurück? Wow, in your face Wow, wow, wow Wow, wow, wow Wow, wow, wow Geh doch mal ein Stück schneller zurück Ja, nie, ist klar, ey Alter, übertreib mal nicht Ah, komm, hau gegen die Wand Hau gegen die Wand Ja, ey, ist klar Gibt's doch echt nicht, ey Das weiß ich selber Hab ich ja gemacht Hat ihn aber nicht gejuckt Ich greif an Und dann, boom Schießt er mich einfach So Haben wir Deputy Ach, die Polizisten-Munition Die Munition könnte ich eigentlich gleich nehmen Wenn ich dann überhaupt noch hier drin bin Nein Ja, ja Komm, nervt langsam mit dir, Muschi Wow, wow, wow Oh Alter, ey Keine Sorge, ich hab in der Kiste noch Nein Oh, siehste Das war mir klar Alter Wirklich Da Ey, der bewegt sich Zeitlupe Und weg Komm her, komm her, komm her, komm her, komm her Komm her, komm her, komm her Okay, jetzt hab ich Jetzt weiß ich wie Wow, 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 wow Das war zu viel, das war zu viel Ich muss beide gleichzeitig Wow, wow, wow Wow Okay Awesome Oh, das war's eklig. Oh, das war's eklig. Oh, das war's eklig. Ja, komm her. Nein, 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 nein. Alter, wirklich? Boah, wie viel hält der aus? Oh, das war's eklig. 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 Nein, Heilung. Oh, das war's eklig. 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 Egal, ja. Oh, kein Kraut. Ja, ja, komm, greif mir ins Gesicht. Du kommst hier nicht raus. Blatt nach. Die Klampe wird nicht so funktionieren, wie du dir das vorstellst. Es mir wurscht. Hauptsache, du kriegst ein paar Kopfschmerzen. Ja, ne. Ist klar, Typ. Ey, am Arsch jetzt. Ja, komm, gib her. Guter Junge, jetzt geht's los. So, jetzt lass mich hier. Komm her. Boah. Und weg. Och, wo klisch. So. Komm her. Komm her. Was? Boah, toll. Komm her. Aua. Mache schon nicht. Oh. Ey, ich drücke beide Knöpfe gleichzeitig, Mann. Oh. Ey, was soll das? Krass. Da. Ich drücke beide gleichzeitig. Na. Ey. Also langsam reicht's jetzt. Aber wirklich. Ja. Krieg langsam. Kick, ey. Egal, was ich mache. Nein, der kriegt mich. Nein. Indem sie die hängenden Leichensecke zu ihrem Vorteil nutzen. Lutsch mir die Eichel! Pimmel. Boah, ich zersägt ihm die Fräse und das juckt den überhaupt nicht. Ja, ja. Komm her. Armer Deputy. Leck mich Nüsse. Bla. Komm, bisschen schneller. Ey, das nennt der Rennen. Hier. Unterschied gehen. Unterschied rennen. Das ist bei mir gehen. Boah. Ja, komm her. Was, Pickelface? Komm, steh auf, du. Boah, geh. Du kommst hier nicht raus. Lass mich. Wieso rennt der so schnell? Wieso rennt der so schnell? Was du nicht sagst. Fertig. Ja, komm, ich steh direkt hinter dir. Ist echt nett, äh, dass du mir die Säge gibst. Ja, klar. Deine super Range, ey. Boah. Wie, bitte. Wie, bitte. Wie, bitte. Wie, bitte. das durchblick war woa 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 komm her zitter heini what klar alter bonnet et du Komm herr Wow 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 Au! Alter, ehrlich jetzt? Ey, wann stirbt der mal? Au, 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 au! Oah! Komm jetzt, stirb! 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 Es ist nicht dein Fuck ernst! Es ist nicht dein Fuck ernst! Oh, ey, ey, ey! Oh, nein! Oh, ey, noch ein Treffer und ich bin... Na super! Alter! Alter, könntest du mir einen Gefallen tun und irgendwo gegenlaufen? Ja! 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 Du wirst hier sterben. Boah. What? Stirb. Nein. Stirb. Stirb jetzt. Wow. Wieso zittert er so? Die grüne Matschepampe. Geil. Kann ich jetzt die Säge behalten? Geil. Wie komme ich hier eigentlich raus? Ah. Okay. Yeah. Jetzt haben wir eine Kettensäge a la Doom. Juhu. Freu. Den Tanz. Ach. Ach. Was bist du für ein Idiot? Ah. Himmel, Herrgott. Was? Boah. Ah. Moment. 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 Wir haben hier noch ein paar Sachen, ne? Genau. Mann, der war aber auch jetzt hartnäckig, ey. So. Hier war nur das, ne? Ja, da kam man ja noch nicht hin. Äh, Moment. War hier nicht noch was? Äh, ach ne. Da waren wir ja schon drin. War dieses Laufen, ne? Das. Ich weiß nicht, ob das für VR irgendwie optimiert ist. Aber wenn du mit Controllers spielst, dann, äh. Bäh. Das ist ja auch mal ja immer. Na, super. Das ist ja auch mal mit dir am Schreibstuhl ja besser. Rollstuhl. Hier hatten wir auch alles. Da hatten wir alles. Das haben wir noch verschlossen. Da hatten wir auch alles. Hier. Ebenfalls. So. Gut. Was haben wir denn jetzt hier alles? Das brauchen wir, das brauchen wir, das brauchen wir. Sie Späulver. Könnte ich eigentlich mal... rüber tun. Genau. Wollt ihr mich die nächste Chemie... Chemie Galia finde? Baue ich mir ein paar neue Patronen. Wait, it's Yoko-Win! Resident Evil.